und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen video auf meinem youtube kanal schön dass du wieder eingeschalten hast im heutigen video möchte ich euch mit hinter die kulissen meines letzten projektes nehmen in dem ich die aufgabe hatte vocals für ein cover kanal im stil von favorite zu mixen und jeder der mich kennt weiß dass die anasche rap zeit so auch die zeit gewesen ist wo ich zur rap musik gefunden habe und deswegen war ich dementsprechend motiviert das ganze auch wirklich bis zur perfektion umzusetzen ziel war es also eigentlich der vocal jetzt nicht den prozess zu geben dass sie am besten klingt sondern den prozess umzusetzen dass das ai cover tool die besten möglichkeiten hat die favorite stimme im nachgang nach dem mix zu emulieren und dass das ganze auch so ähnlich klingen soll wie favorite also eine komplett andere herangehensweise an den mix eigentlich was das ganze projekt für mich eigentlich unfassbar spannend gemacht hat weil ich irgendwie ein bisschen umdenken musste und der gute genie hat uns hierfür eine rohaufnahme zur verfügung gestellt hat quasi ein text im stil von favorite geschrieben und ich muss sagen flow technisch und textlich ist das wirklich schon sehr sehr nah an dem original dran und der hat ja auch eher so eine hohe aggressive stimme also musste ich hier mix quasi einfach nur dafür sorgen das ganze noch hervorzuheben und so ein bisschen mehr an favorite anzupassen und wie mir das gelungen ist das möchte ich euch einfach mal in dem video zeigen ich habe eine session vorbereitet da steigen jetzt direkt ein let's go vorweg bleibt zum projekt eigentlich nur zu sagen dass ich lediglich die vocals bekommen habe und kein instrumental das heißt ich habe ohne den beat zu hören gemixt ins blinde eigentlich sozusagen rein und im ersten prozess schritt habe ich mir gedacht dass ich mir erst mal eine a cappella version von favorite anschaue und habe hier im internet ein bisschen geguckt ob ich irgendwo eine rohaufnahme von faith bekomme wo ich mal ein bisschen den frequenzgang der stimme analysieren kann und das habe ich mir quasi einmal ins projekt geladen von dem song sanduhr mit kollega und habe dazu den ozone 11 match eq aufgemacht und habe einfach mal diesen equalizer die stimme analysieren lassen dass ich hier ein frequenzbild habe das abgebildet wird wo ich weiß auf welche kernfrequenzen muss ich dann beim mixdown eigentlich eingehen ich hatte mir dann den equalizer quasi einfach mal hier so oben ins bild gezogen und habe dann beim eq immer geguckt wo muss ich vielleicht noch ein bisschen genauer hingehen man hat mit dem equalizer auch die möglichkeit quasi hier gleich das auf die spur drauf zu hauen und das ganze so anzupassen dass der schon automatisiert den frequenzbereich anpasst aber mir hat das persönlich noch nicht so zugesagt und ich habe mich dann einfach dazu entschieden das ganze händisch umzusetzen und wie ich dabei vorgegangen bin das zeige ich euch jetzt gleich zunächst hören wir erst mal die stimme so wie ich sie von jenny bekommen habe und machen uns dann gleich zwei drei gedanken was geändert werden muss um ans ziel zu kommen wir hören sofort dass die vocals nicht besonders gut recordet sind was jetzt nicht an der aufnahme direkt liegt sondern an der räumlichen umgebung nämlich an vielleicht ist so dieser dicke noppenschaumstoff verwendet worden oder ein mikrofon schirm der zu nah am mikro war weil die höhen und oberen mitten teilweise irgendwie sogar richtig weggeschnitten oder weggefressen klingen was natürlich jetzt dafür sorgt dass uns der nötige bis in den höhen und oberen mitten fehlt den man ja eigentlich aus den favorite vocals kennt also favorite besonders präsent in den mitten und höhen das fehlt uns quasi komplett in dieser aufnahme bedeutet für uns wir müssen die richtige balance zwischen höhen mitten und tiefen finden und müssen hier speziell die höhen und mitten irgendwie raus arbeiten dass die diesen nötigen favorite touch bekommen das ganze kann man über ein equalizer und saturation schaffen und die tiefen müssten wir auf jeden fall komprimieren beziehungsweise etwas reduzieren dass die nicht ganz so voluminös im vergleich zu den restlichen frequenzen klingen und wie ich das ganze geschafft habe das schauen wir uns jetzt an die vocal chain startet also ganz klassisch erst mal mit einem equalizer um die frequenz schwerpunkte beziehungsweise die problemstellen direkt anzugehen und zu minimieren wir sehen ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden hier einen low cut zu verwenden dann die tiefen mitten auf jeden fall stark zu reduzieren und dann einfach ein paar harsche frequenzen im mittleren frequenzbereich aufzuräumen dass die nicht ganz so stark hervorstechen ich schalte den equalizer während wir hören einfach mal an und aus ich bin apathisch etwas wie sie mit dem augskabel wenn ich nachher laufen mir fliegen über den augapfel ich bin ein tier würde ich die handelback nicht skippen und er dich eiweiß im körper ich bin den ganzen tag am wixen pfeifers back also jetzt noch kein drastischer unterschied also die stimme ist auf jeden fall noch nicht da wo wir sie hinbringen müssen aber wir generieren schon etwas sprachverständlichkeit und ein bisschen mehr ausgleich innerhalb der einzelnen frequenzbereiche das jetzt kein frequenzbereich stark hervor sticht danach habe ich mich dazu entschieden den l ray 2 kompressor zu verwenden um die pegelspitzen etwas besser kontrollieren zu können der soll jetzt also im ersten schritt nur die dynamic range der vocal performance reduzieren dass ich nicht ganz so starke lautstärke schwankungen habe wir hören mal mit und ohne kompressor also die kompression kann man eigentlich kaum wahrnehmen und dient auch eigentlich nur der kontrolle der pegelspitzen bevor ich dann in saturation einsteige nach dem l ray habe ich mich dazu entschieden den magi q von plug and alliance zu verwenden weil der wirklich sehr dafür bekannt ist höhen und mitten zu einem volke signal dazu zu fahren und ich nutze auch hier nur das r band um die volke so ganz langsam in die richtung von favorite drücken zu können um die höhen zu generieren die uns bei der rohaufnahme gefehlt haben ich schalte mal den equalizer an und aus ich bin wieder back aus der psychose was scheiße bruder indem ich frisch gelüftet und heiß geduscht ab jetzt geht's mir wieder super jetzt werben die lieder gut weil ich meine franz war ein glück geleck ich nina zuber ich bin apathisch etwas ist sie mit dem augskabel wir generieren natürlich dadurch etwas lautstärke weil ich den regler hier schon wirklich stark hochgezogen habe also ich musste bei 20 kilohertz 6 db was schon ein sehr sehr drastischer schritt ist den ich aber einfach benötigt habe und die volke in die richtung zu schubsen wo ich sie im endeffekt haben möchte nach dem marki q nutze ich jetzt das erste saturations plug-in um die nötigen höhen mit obertönen zu generieren und da habe ich mich dazu entschieden ihr hättet euch bestimmt schon denken können den ozone 11 exciter in meinem standard preset zu verwenden wo ich nur das höhenband sozusagen ab 10 kilohertz verwende und im saturationstyp tape eine amount von 7 bei einem mixnob von 42,5 prozent dazu zu fahren das bedeutet mittels der obertöne möchte ich jetzt einfach die fehlenden höhen sozusagen generieren um der stimme die sprachverständlichkeit zu verleihen die er derzeit einfach noch fehlt wir hören mal mit und ohne exciter also der exciter bringt uns schon einen ganzen schritt näher ans ziel wir sind jetzt aber auch kurz davor ganz unangenehme s und zisch laute zu generieren die wir später wieder mit einem deesser kontrollieren müssen bevor ich das jetzt aber gemacht habe habe ich mich trotzdem noch dazu entschieden den ssl channel von plug in alliance zu verwenden und den auch noch mal dafür zu nutzen höhen dazu zu generieren bei 8 kilohertz booste ich quasi noch mal zweieinhalb db und habe mich aber auch im gleichen atemzug noch mal dazu entschieden im unteren frequenzbereich nämlich bei 90 hertz 6 db rauszunehmen das bedeutet durch das boosten der höhen generiere ich wieder die sprachverständlichkeit die wir brauchen und dadurch dass ich die tiefen noch mal reduziert habe wirken natürlich die mitten und höhen wieder etwas präsenter dadurch dass die tiefen abgeschwächt wurden zusätzlich habe ich mich dazu entschieden diesen analog button hier anzuklicken der soll noch mal den linken und rechten channel unterschiedlich behandeln und eine bestimmte färbung mit geben ich würde jetzt nicht behaupten dass man die super stark wahrnehmen kann aber es gibt irgendwie mir noch mal ein gutes gefühl diese analoge sättigung mit in das signal reinzuschicken da das ganze ja auch ohne analoge hardware aufgenommen wurde also wir hatten hier keinen preamp und kein kompressor der bei der aufnahme vorgeschalten war und dann gebe ich die analoge sättigung ganz gerne auch mal über so ein plug in mit dazu wir hören mal mit und ohne channel strip ich bin wieder berg aus der psychose was ne scheiße bruder in dem ich frisch gelüftet und heiß geduscht habe jetzt geht's mir wieder super jetzt werben die lieder gut durch meine franz war ein glück geleck ich nina zuba also durch den channel strip bewegen wir uns wirklich schon ganz ganz nah an dem schwellenwert zu wo die s und zischlaute unangenehm klingen und da werden wir in den nächsten schritten auf jeden fall stärker einsteigen ich habe mich dann dazu entschieden noch mal einen kompressor zu verwenden aber jetzt nicht zwecks kompression sondern eher wegen dem ton der dieser kompressor mit sich bringt das ist ein trick den habe ich bei leslie brave weight gelernt in der neuen mix with the master series und wollte ihn einfach mal bei dem projekt gleich ausprobieren und zwar nutzt er diesen ua d färtscheid kompressor und komprimiert wirklich gar nicht also überhaupt keinen kompressionsgrad sondern nutzt den eigentlich nur um den output ein bisschen aufzudrehen um lautstärke zum stimmsignal dazu zu generieren und dieser kompressor gibt auch gleich eine bestimmte art an sättigung mit die so diese echte analoge hardware emulieren soll und ich persönlich fand dass es bei dem song auch wirklich gut gepasst hat ist jetzt aber auch der erste und einzige song den bis jetzt damit gemixt hat aber es hat dem signal auf jeden fall nicht geschadet und deswegen habe ich den kompressor auch drauf gelassen ich spiele das ganze wieder an und scheint dann den kompressor dazu also keine große veränderung die stimme ist und ganz kleinen ticken lauter als vorher und klingt für mich auch irgendwie ein bisschen schöner ich weiß aber nicht ob das ein bildung ist das kann natürlich auch sein nach dem färtscheid kompressor habe ich dann den guten alten a kommt genutzt um das vocation signal noch ein bisschen stärker zu komprimieren also die pegelspitzen noch ein bisschen mehr unter kontrolle zu bringen und das signal etwas undynamischer zu gestalten ich habe hier eine relativ moderatere ratio genommen mit 2,3 zu 1 und eine attack von 16 millisekunden und eine release von 160 millisekunden und der threshold liegt hier bei minus 14,5 ich komprimiere so zwischen 2 und 6 db und das fahre ich dann über den gain knob bei dem kompressor auch wieder dazu dass wir quasi keine lautstärkeunterschiede haben hintergrund von dem kompressor war zusätzlich noch dass der so ein sound verursacht dass die stimme einen ganzen schritt noch mal nach vorne geht ich sage jetzt einfach mal vorsichtig im mix aber wir merken schon dass durch das komprimieren des signals mit dem a kompressor die stimme irgendwie ein bisschen aggressiver und mehr in your face klingt und das ganze sollte der kompressor im endeffekt eigentlich nur umsetzen da die favorite vocals wirklich sehr sehr direkt sind und eigentlich sehr sehr präsent im vergleich zum beat sind dadurch dass wir eine gewisse aggressivität wahrnehmen können nach dem a kompressor habe ich mich jetzt aber dazu entschieden mich dann doch noch mal ein bisschen mehr um die höhen zu kümmern und da bin ich erst mal mit suv eingestiegen um die hohen frequenzen die jetzt komplett rausstechen ein bisschen besser unter kontrolle zu bringen und hierfür habe ich standardmäßig wieder das voice of god preset von jason joshua genommen und ihr kennt es auch schon ich habe den mix knob runter auf 50 prozent geregelt dass das maximale absenken der frequenzen 6 db beträgt also ich möchte ja nicht dass jenny anfängt zu lispeln oder zu viele höhen wieder weggeschnitten werden vom signal die wir gerade erst mühselig dazu geboostet haben deswegen 6 db arbeitet in der regel auch mein erster kompressor und wir hören mal wie das ganze jetzt mit suv 2 klingt ich bin wieder berg aus der psychose was ne scheiße bruder indem ich frisch gelüftet und heiß geduscht hab jetzt geht's mir wieder super jetzt also die höhen und zischlaute esslaute sind einfach schon ein bisschen besser kontrolliert und klingen jetzt nicht mehr ganz so unangenehm auf den ohren wie ohne suv und weil mir nach suv 2 jetzt eigentlich nur noch die gewisse räumlichkeit in den vocals gefehlt hat habe ich mich dazu entschieden einen sendkanal anzulegen und dort ein reverb plugin drauf zu packen ich habe mich dazu entschieden den raum von native instruments zu nehmen weil ich den super geil in der handhabung finde und auch relativ schnell mit denen an ein ergebnis komme ich habe hier eine decay time von 1,5 sekunden ein high cut bei 10 kilohertz verwendet das quasi die ganzen hohen frequenzen weggeschnitten werden und ein low cut mit 15 db das heißt die tiefen frequenzen innerhalb des reverbs werden auch um 15 db reduziert dass sich der reverb quasi nur auf die mitten fokussiert und den habe ich dann einfach nur noch lautstärke technisch zu mein original signal gefahren was natürlich jetzt wieder ein bisschen schwierig ist weil ich das instrumental nicht dazu hatte deswegen habe ich mich einfach nach meinen anderen mix downs geregelt wie laut ich den reverb da dazu gefahren habe und ich würde sagen wir hören jetzt das ganze einfach mal komplett vorher nachher einmal mit prozesskette und einmal ohne weil mehr habe ich im endeffekt auch gar nicht gemacht ich bin wieder weg aus der psychose was eine scheiße bruder in dem ich frisch gelüftet und heiß geduscht habe geht es mir wieder super jetzt werden die lieder gut bei euch meine franz war ein glücker leck ich nina zuber ich bin apathisch erdrosse sie mit dem augskabel werde ich nachher laufen mir fliegen über den augapfel ich werde ein tier würde ich die handelback nicht skippen und hätte ich eiweiß im körper ich bin den ganzen tag am wichsten pfeffers also ich bin mit dem ergebnis sehr sehr zufrieden und muss sagen dass ich auch ein bisschen stolz auf mich bin dass ich das ganze wirklich so gut umgesetzt habe ich habe natürlich immer die echtzeit referenz zu den original favorite vocals gehabt die kann ich jetzt leider aus urheberrechtlichen gründen nicht einblenden aber wenn ihr möchtet schaut einfach mal im internet nach dort werdet ihr bestimmt fündig und dann könnt ihr ja mal den vorher nachher vergleich machen ich muss persönlich sagen dass die vielen einzelnen schritte uns auf jeden fall ans ziel gebracht haben um die höhen so detailliert und präzise klingen zu lassen wie sie jetzt im endergebnis waren ich bin auf jeden fall mal auf euer feedback gespannt das haut ihr mir bitte mal in die youtube kommentare rein wie ihr findet dass die vocal jetzt mit bearbeitung klingt man hört natürlich trotzdem immer noch ein bisschen die bescheidene aufnahmesituation raus das wirst du als mixing engineer aber nie komplett beheben können da müssen wir uns einfach das ziel setzen das ganze trotzdem so gut umzusetzen wie es geht und ich denke doch dass das ergebnis für sich spricht ihr könnt gerne mal den ai cover kanal abchecken den werde ich euch in die youtube kommentare mal reinpacken beziehungsweise in die beschreibung und da würde ich mich auf jeden fall freuen wenn ihr dort auch ein bisschen welle macht und dem video dort vielleicht ein like rausschmeißt oder auch ein abo da lasst wenn euch das ganze thema diese ai geschichte mehr interessiert und ihr bock habt auf mehr ai tools und schreibt den guten herrn doch auch mal wenn ich mehr mixe machen soll dass wir vielleicht häufiger zusammenarbeiten ansonsten freue ich mich über euer feedback zu dem mix und bin schon gespannt was ihr nächste woche zu dem kommenden video sagt da habe ich nämlich was ganz bestimmtes für euch vorbereitet also seid ihr auf jeden fall mal gespannt ansonsten bleibt mir nicht mehr übrig als euch morgen einen guten start in die woche zu wünschen ich freue mich aufs nächste video bis dahin euer jeff